Ich habe mir was überlegt, und zwar hacken, schießen, 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 hacken, schießen, 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 hacken, tot. Das ist der Masterplan des Todes. Ich weiß nicht, ob er klappt. Wenn ja, geil. Wenn nein, shit. Ich mag ihn nicht. Er ist groß. Er ist schwer. Er ist gleich. Er ist ein Arsch. Neun, echt gut. Ich finde das auch nicht gut, dass er so massiv ist. Weil, irgendwie ist das ein bisschen gut, ja. Das lagen wir das noch wieder auf. Also, das wird im Hecken schießen, 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 schießen. Aber jetzt muss er schon mit ihm geklappt. Wo? Was? Wo? Wo? Einfach nur. Ist es da oben auch noch welche, oder was? Einzige Chance. Weil, wie hat er mich gerade erwischt? Okay, 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 ich hab's doch noch dran. Das ist ein großes Brutal und wir müssen ein Entfallanträger haben. Ja, genau. Das ist ein großer Börse, als hätte ich das. Hey, Teddy. Tu mir mal bitte einen Gefallen. Stirb. Ist nur so eine Grundidee. Aber ich hab dich geröstet, Mann. Ja, und mein Plan hat geklappt, mate. Hacken, schießen, 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 schießen. Also, noch ein paar Mal mehr schießen. Dann hacken. Und dann wieder schießen, 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 schießen. Und hacken. Na, war's kaputt. Geil. Mein Plan hat geklappt. Hätte ich nicht geklappt. Ich würde mal sagen, die nehmen wir mit. Und sobald es alles ist. Sorry. Ich werde mein Statement abgehen. Richtig auf. Hacken. Das ist so traurig, dass wir noch was selber per Hand drücken müssen. Wir sind in ihrem Funkkehle und die Rapinia ist gleich startbereit. Rapinia? Wollen wir die Rapinia mal vom Himmel holen? Ja, das machen wir jetzt. Los, geh auf. Oder geht das auf? Das geht auf. Okay. Das geht auf. mal ganz kurz ein bisschen aufladen lassen das kann der alles mit so einer Waffe in der Hand okay ich habe meine Minigun zurück es geht los wir machen was kaputt das machen wir augenscheinlich sehr effektiv das machen wir sehr sehr effektiv alter muss man Let's Placer 18 indizieren das Spiel war nicht nur sein Geld wert das ist sogar meine Zeit wert das war in letzter Zeit weniger der Fall aber ich liebe es das LP ist das Tollste vielleicht nicht was ihr je gesehen habt aber was ich bis jetzt gemacht habe war das ein Cellphone scheiß drauf ich liebe das Spiel ich finde es toll ich finde man sollte sie lieben wenn sie einem gefallen ich rede einfach wenn ich nicht schieße dann geht das Lübchen Aua 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 äh Sachen okay extra poliere Streckenparameter Süd-Süd-Ost Meeresrichtung steigend durchhalten ok wir halten durch muss ich springen nein ok daaa was was sie haben mich entführt ich wusste sie wollten nicht die Frau haben sie haben mich entführt wieso wieso ich habe eine schlechte Sachen Sachen machen oh nice Infame Kommunikation bei Jena Verkehrszentrale hier Piranha 2 erbitten Landeerlaubnis over hier Zentrale verstanden Identifizierung klar Position auf Landestation Starboard 3 einnehmen und Freigabe abwarten verstanden verstanden Zentrale wird gemacht Piranha 2 out oh oh ich hoffe wir sind unsichtbar sind wir nicht weiß ich ah wir sind ganz drüber gekommen voll verschluckt Entschuldigung dabei habe ich ja nicht mal was getrunken boah das ist übel naja wir machen weiter wird auch ein bisschen mit haus Problem schlage Rappenier Umlenkung für optimalen Angriff vor ok sorry sorry oh das war ein bisschen rabiat ok so rabiat wollte ich gar nicht sein ok was brauchen wir ok 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 ich möchte mehr Chip Upgrades haben die sind awesome nein seht ihr wie kaputt mein Hals ist es geht einfach nicht mehr doch awesome es geht nicht schöner Arsch ok hier sind wir also ja da ist die Backsetting ach das ist ein Hologramm habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet alles klar müssen wir drum schleichen ja dürfen wir nichts machen sind wir nicht mehr im wahr ok achso suche analysiere nachrichtenanalyse abgeschlossen aufzeichnung wird abgespielt hier zentrale wir haben probleme mit der freigabe software umlenkung zu landestation starboard 9 over verstanden zentrale sind unterwegs piranha 2 out suche datentarnung datentarnung abgeschlossen wir gehören dazu yay wir sind vom Feind quasi mach mach danke dürfte ich bisschen nirgendswo nicht na dann ja nicht also hier ja wie kommen wir jetzt hier rein was tun wir und mit wem und wie und wo warum was und so hallo 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 ok 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 was sagt die denn ok mach mach piranha 2 hier executive command mögliche sicherheitsfleck auf landestation starboard 3 sofort umlenkung zu hochsicherheitslandestation starboard 18 verstanden Oh, lag des Todes. Oh, was ist das? Nein, jetzt nicht anfangen mit lags. Kleine doofe Pause gehabt. Aber, was soll's. Eventuell wird diese Folge sogar länger jetzt tatsächlich. Ja, das waren ja auch massive Lacks gestern. Ja, ich hab gestern gespielt. Oh, fuck. Ja, das war alles ein bisschen blöd. Aber jetzt geht das ja richtig. Massiv hier weiter. Das kann ja wieder rumbrüllen. Schau mich hier nicht an. Identität unnötig. Auf nö. Sicherheitsschwemmung. Gegenmaßnahmen einladen. Ja, ja, ja. Okay. Gegenmaßnahmen vereitelt. Aha. Genatzt. Das wäre aber ziemlich krass, sowas in Aufzügen einzubauen, oder? Naja. What? So, liebe Freunde, das war's mit dem Let's Play. Nein, wir machen weiter. Ich will kaputt machen. Das reicht mir noch nicht. Wir haben nur die Wand kaputt gemacht. Ich will töten. Ich will töten. Geht doch. Los. Hör auf. Gib mir der Klare. Dann geht's ab. Hallo. Hallo. Aha. Magst du dich mal kurz selbst erschießen? Danke. Weil ich nämlich mal ganz kurz so ein bisschen eure Waffen brauche gerade. Aber, aber nicht viel. Versprochen. Nur so, nur ein bisschen brauche ich die Waffen. Guck mal. Hier ist was zum Einsammeln. Ich habe mir jetzt übrigens auch vorgenommen, dass ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen langsamer vielleicht zum Teil spielen möchte. Weil ich gerne noch Dinge sammeln will. Guck mal. Da gibt's was zum kaputt machen. Nee. Nee. Ei, nein, nein. ich würde jetzt sagen geil um die ecke geschossen aber das problem ist es gibt die kann das ja wirklich hier ok war blöd gebe ich zu kann ich besser hin darf ich danke so was ist die andere waffe pistole gut ich wollte nur sicher gehen dass ich beide habe hier wird sich die steuerung verstellt kann das ein aha besser so für das nicht okay ich gehe da runter und sie kommen ich habe es in der ganzen gesichter Da füchst du gerade, dass das heute in Tension ist. Jo, mach mal. Aber ich hab dich vorher ein bisschen kaputt gemacht. So, das war doch mal direkt besser. Und... Finde ich nicht nett. Irgendwas haben die gegen mich. Dabei kenn ich doch nicht. Idioten. Das kommt davon, wenn man totale Granaten baut. Komm raus. Komm raus. Aha. Cool so. Hey. Hey. Oh. Oh nein. Nein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das unbedingt mich glücklich machen soll, als ich nicht hab. Da. Ich befürchte... Nein. Tu das nicht. Nein. Nein. Ich hätte... ...ein DART investiert. Ja. Nein. Ich hab' nichts mehr blockiert. Ich bin jetzt nicht zu dir. Ich bin jetzt du nicht hier so an. Ich weiß, wir beide kennen uns nicht gut. Wir hatten unsere Zwistigkeiten. aber nur so ein bisschen du musst ja nicht ganz einfach nur so genau so so ist okay und das ist er kaputt gegangen tschuldigung was soll ich jetzt hier machen viele dinge kann ich nicht einfach alles in die luft sprengen ganze stadt ganze insel versenken damit kann ich leben wir haben später galaten zum ersten das nova visieren schärft haben ich würde sagen alles geklappt ich bin doch nicht sicher ja hat geklappt jetzt bin ich mir sicher was verbittert das ist doch nur hiermit das ist wie schnell danach ist das nicht ein schöner raum ist das nicht ein schöner raum aktivieren aktivieren was guten abend ich bin kamen zu tanzer gleich werfen wir einen kritischen blick auf die herausforderungen vor denen kämen ja 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 der raum ist so gut dass wir hier vor uns erst mal schluss machen können ja ich tue gleich weiter versprochen versprochen jetzt jetzt funktioniert es ja noch und das nutze ich so ein bisschen viel dank fürs zuschauen lasst mir ab und auf die verpasst die nächste folge nicht wenn wir wieder syndicate spielen syndicate awesome ha heute geht es wieder stimme nicht kaputt aber so ein ekliges zeug im hals ne diese magensäure übelst man na egal wir sehen uns beim nächsten mal euer wolf